Ich bin bereit mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Auch wenn wir vorhin das Schwert wieder anlegen sollten. Denn der Typ hat ja nur einfache Holzkeule. Er wird nicht sehr viel reißen in dem Kampf. Aber seine Rüstung sieht auch aus wie unsere. Also hat er wohl auch so eine schwere Butlerhose. Na egal, das sind nur zwei Stück normale Butler, die kriegen wir ganz locker klein. So, hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Blatwin bestellen. Das zahlt sich echt aus. Na komm. Nein, nein, nein. Ah. Ah. Okay. Alles mitnehmen, bevor er wieder aufsteht. Da bezahlen wir einmal kein Schutzgeld und wir werden gleich zweimal angegriffen. Also einmal direkt von dem einen Typen und jetzt von dieser Gruppe her. Das wird dir noch leid tun. Ne, bestimmt nicht. Du bleibst auch erstmal liegen, solange wir mit eurem Anführer gesprochen haben. Genau mit dir, Penner. Das wird dir noch leid tun. Du, Penner, wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann! Wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust in den Minenbuddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen. Dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Das wird dir auch leid tun. Panik. Was ist denn? Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiter prügeln? Oh. Naja, es stimmt schon. Er ist in einer scheiß Situation. Weil er kann nichts dagegen machen. Hätte er uns nicht angegriffen oder uns nicht in die Falle hier gelockt, hätten die Gardisten ihn verprügelt. Oder aus dem Lager geschmissen oder ihm keinen Erz gegeben. Hm. Na gut. Also Frieden. Frieden klingt gut. Freut mich, dass du das Ganze durch meine Augen sehen kannst. Die Sache ist vergessen. Ab jetzt bin ich auf deiner Seite. Wenn du nochmal Ärger haben solltest, kannst du auf mich zählen. Schließlich schulde ich dir was. Und ihr beiden tut einfach so, als wir nicht gewesen wären. Aber euer Zeug nehme ich mal mit. Ach, noch mehr von dem Ragout. War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Ah. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben. Also zisch ab. Und was hast du zu sagen? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen. Und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Das erzählst du mir? Nachdem du mich gerade deswegen angegriffen hast? Ah. Was? Genau, haut ab. Ich will bloß euer Zeug klauen. Ah, Bier und Dietriche. Schöne Mischung. Äh, also nicht gleichzeitig. Betrunken Schlösterknacken klappt bestimmt nicht. Aber so einzeln? Das Bier als Bestechung und die Dietriche zum Knacken? Ja, doch. So, also mit dem Amulett zurückholen und Bonuspunkte zu bekommen, war das nicht wirklich was? Dann schauen wir uns doch jetzt noch beim Südtour um nach dem Mordrett. Oder Mordreck. Oder wie er genau hieß. Oh, ist hier unsere Hütte vielleicht gewesen? Nee. Mann, Mann, Mann. Wir sind schon so lange hier im alten Lager. Und trotzdem immer noch nicht genau drauf, wo was ist. Ah, was soll's. Hm, Fingers. Nächstes Level Up ist nicht mehr so weit weg. Schlösterknacken sollten wir wirklich lernen. Ach, genau. Das war bei der Arena. Hm. Das da mit dem Vordach. Na gut, jetzt wissen wir das auch wieder. Hm, dann können wir so gleich mal kurz hinhauen. Wir sind ja ein bisschen angeschlagen von dem Kampf. Obwohl wir uns bei dem Kampf echt gut gehalten haben. Ich meine, alleine gegen drei, auch wenn sie nicht besonders stark sind. Aber da sieht man den Unterschied zwischen den Buddeln und den Schatten. Also Keogurner, Kräner ist ja ein Schatten. Und der hat uns in zwei Schlägen umgehauen. Und selber keinen Kratzer hat bekommen. Oder fast keinen. So, umgeschützter Südturm. Wo bist du? Also, wo bist du, Mordred? Der Turm ist ja direkt hier neben uns. Da, wie immer bei unserer Lieblingspfanne. Und das lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Mal gucken, wie wir das Ganze jetzt lösen können. Weil wirklich umbringen wäre nicht so praktisch. Wir haben uns das neue Lager ja noch nicht angeguckt. Und wenn wir einfach so einen von deren Leuten umbringen, dann nehmen wir uns garantiert nicht auf. Also, ja, ihn irgendwie dazu bewegen, ihn hier abzuhauen. Das wäre wohl die beste Alternative. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Oder wenn ich einen von euch K.O. schlage. Aber du hast eine gerstige Nagelkeule und eine Rüstung an. Also, nee. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So? Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gormis zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Das klingt schon mal gut, aber wir haben auch andere Geschichten gehört, dass es da ziemlich rau zu gehen soll. Frage mich mal ein bisschen aus. Erzähl mir was über das neue Lager. Sondern? Sondern? Das ist ein guter Punkt. Weil wir uns dem alten Lager anschließen würden, dann finden wir uns quasi damit ab, dass wir hierbleiben wollen. Also in der Kolonie. Und das ist ja nicht ganz so unser Plan. Eigentlich wollten wir nur die Botschaft an die Feuermagier loswerden und dann so schnell wie möglich hier wieder abhauen. Damit wir unsere Belohnung draußen bekommen. Also ja, das ist noch etwas, das für das neue Lager sprechen würde. Da tun sie wenigstens was. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Och nö, danke. Nagelkeule ist nicht so lecker. Hm. Und damit würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal haben wir einen Tourguide zum neuen Lager. Und zweitens hätten wir den Auftrag für Tourist erfüllt. Solange er hier nicht zurückkommt. Hm. Schauen wir doch mal. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Vielleicht hat er ja unterwegs einen kleinen Unfall. Aber ne, mit ihm anlegen sollten wir uns auf keinen Fall. So, also neues Lager. Das war das im Westen. Im Osten war der Sumpf, im Westen war das neue Lager. Aber was genau da sonst noch war? Hm. Laufen wir jetzt nach Westen? Jungs. Ja. Wir laufen nach Westen. Grelle Sonne. Ja, wir sind immer noch hinter dir. Und sobald wir im neuen Lager sind, sollten wir uns nach diesem Cypher umhören, um zu gucken, wie viel Geld wir für das Kraut bekommen. Das ist ja auch mit einer der Entscheidungsgründe, ob wir uns dem Lager jetzt anschließen oder nicht. Denn das Erz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und wenn es eine richtig hohe Summe ist, dann würden wir uns dem neuen Lager auch allein deswegen schon anschließen. Weil das Dummflager ist zwar relativ entspannt, wenn man gerade kein Noviz ist, was wir denn am Anfang wahrscheinlich wären. Aber die andere Sache mit dem Schläfer und alle Nichtgläubigen umbringen, das lässt sich nicht so leicht ignorieren. Und hier im neuen Lager werden die zwar ein bisschen rauer sein, also sich gegenseitig bestehen und so. Aber wenigstens haben die nicht vor, alle anderen umzubringen. Nein, nicht ihn angreifen. Wir wollen das Fleisch mitnehmen. So. Ah, eine Jagdhütte. Und da ist ein Schatten drin? Sieht zumindest so aus. Der hat die Rüstung von einem Schatten an. Hm. Aber das scheint ihn hier nicht wirklich zu interessieren. Na gut, merken wir uns für später. Und genau wie der Führer in der Sumpflage scheint er hier auch gut was drauf zu haben. Also kein Gegner kommt ihm auch nur zu nahe mit dem Bogen. Na gut, den Rest lassen wir jetzt mal liegen. Wir werden hier eh nochmal zwischen dem neuen Lager und dem alten Lager hin und hier pendeln. Da können wir den ganzen kleinen Kram einsammeln. So, und da vorne ist noch ein Jägerlager? Hm. Oh, und ein Wolf. Ja. Also wir können definitiv unseren Wölfe herantrauen. Den probieren wir mal alleine zu machen. Steh. Ah. Aber das ist ein Jäger aus dem neuen Lager. Das ist ja auch komisch. Hier ein Jäger aus dem neuen Lager und keine 50 Meter weiter ein Jäger aus dem alten Lager. Aber die scheinen sicher nicht in die Haare zu kommen. Es ist auch fraglich, wie ernst die Leute das selber nehmen. Also die Lager untereinander haben wohl auch schon so eine Art Feindschaft, auch wenn sie Handel betreiben. Aber die Mitglieder, denen wird das ziemlich egal sein, wer aus welchem Lager ist. Oh, mehr Goblins. Und mehr Waffen für uns. Auch wenn es nur rostige Schwerter sind. Das ist alles Erz. Und wir sind gerade ein bisschen knapp bei Kasse. So, also wir gehen aus dem Südtor raus. Gehen nach Westen. Gehen bei der einen Jagdhütte vorbei, bei der einen Jagdhütte vorbei. Gehen über eine Brücke. Dann links rum runter an einem See vorbei. Gut, dass wir die Karte haben. Ein paar Blutfliegen, die können wir ja auch noch mitnehmen. Und da geht's zum Gebirge hoch. Hm. Ah, das schaut doch gut aus. So. Hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier. Gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich's mir so recht überlege, ich glaub, ich bleib ne Weile hier. Ich hab fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Schön, schön. So, dass er hier bleibt. Dann haben wir unsere Aufgabe für Torus auch erfüllt. Aber was für eine Taverne auf dem See? Hier sehe ich keiner. Hm. Aber gut. Schauen wir uns erstmal einfach um. Und wir sollen zu einem Laris gehen. Den Namen haben wir schon mal gehört. Er soll für die Neuzugänge hier im neuen Lager zuständig sein. Was haben wir hier? Reisfelder. Hm. Ja, stimmt. Die produzieren ja hier den Reis, der auch zu Reisschnaps weiterfahren wird. Hey du! Neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Hm. Vielleicht später. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Ganz ruhig. Weg. Alles in Ordnung. Ein Kampf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Der Kampf ist entschieden. Versuch das nicht doch mal.